Schönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Music News. Heute mit dem Thema eines brandneuen Songs von EFF. Was genau steckt hinter EFF? Dies ist eine gegründete Kollaboration von Felix Jehn, dem super erfolgreichen deutschen DJ und Mark Foster, ebenfalls nicht unbekannt. Ja, es wird als die geheimste und coolste Kollaboration des Jahres beschrieben, denn es steht auch jetzt immer noch nicht viel zu dem Song fest, außer dass er seit gestern in dem Radio zu hören ist. Sollte er bald zum Downloaden verfügbar sein, werdet ihr den Link in der Beschreibung finden. Ja, Big FM beschreibt es als ein möglicher neuer Hit und meint elektronische Sounds treffen auf deutsche Vocals. Was ja auch der Fall ist. So, nochmal zu Felix Jehn. Seine letzten Erfolge sind noch immer in den Charts. Der große Durchbruch kam ja mit Cheerleader International und auch Ain't Nobody, weil schon der nächste Welthit. Zwei Welthits. Ziemlich selten für einen deutschen DJ. Big FM glaubt auch an den neuen Song Stimme. Dies könnte ein nächster Hit werden. Mark Foster ist ja auch kein Unbekannter. Sein Debütalbum Carton, welches 2012 veröffentlicht wurde, ging auch in den Charts sehr, sehr hoch. Sein bisher erfolgreichster Song war Au Revoir mit Sido, der sich auch mehrere Wochen an der Spitze der Charts hielt. Und ja, wir werden sehen, welchen Erfolg der Song Stimme bringt. Ihr könnt ihn, glaube ich, erst im Radio hören. Ich habe noch nichts dafür gefunden. Das tut mir natürlich leid. Link kommt sofort, sobald es etwas Neues gibt. Und ich hoffe, ihr seid ebenfalls Fans des Songs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.